Villach Villach hat den schönsten Hausberg, super Ausblicke auf Seen, Kühe und ein ganzes Kärntenpanorama. Verehrte Badegäste gibt's hier auch. Die werden dann von den Einheimischen sanft an die Orte verwiesen, wo sie hingehören. Dort angekommen, lungen die Eltern dann den ganzen Tag an Villach-Seen herum, tragen lustige Sonnenbrillen und lassen ihre Kinder Unsinn treiben. Die Zeit vergeht dabei so schnell und BAM! Es ist Winter. Trotzdem wohlig warmes Wasser mit Rutschen. Genial! Den schönsten temporären Eislaufplatz gibt es vor dem Rathaus, inklusive Sternenhimmel. Dort üben große und kleine Pros. Professioneller macht es nur der VSV im Punktekampf mit den viel zu schwachen Gegnern. Deshalb gewinnen die Villacher auch immer. Naja, fast immer. Am traumhaftesten Skiberg bewirft man sich mit Schnee, sitzt im Schnee, fährt im Schnee. Eben traumhaft. Villach hat den schönsten Hausberg, sagte ich schon, die feschesten Tourengeher, die schönsten Langlaufleuten und viel Liebe. Skisprungschanze für die Abheber und die buntesten Griffe und Tritte, an denen sich der Nachwuchs entlanghandeln kann. Und weil Villach einfach alles bietet, gibt's Kletterbände auch Outdoor. Noch mehr Schanzen für die Akrobaten und Trails für die ganz wilden Hinterradfahrer, Familien, Freunde, Kurvenfreaks, Naturverliebte. Die feschesten Volleyballspieler und innen zieht es zum Strandfeeling an den Silbersee. Oft bewirft man sich hier auch mit Farbe. Die eine Ruhe haben wollen, gehen angeln und zeigen auf andere. Wassersport, Wassersport, Wassersport und große Schiffe gibt es gleich daneben. Winkende Jungfamilien, richtige Pros auf Surfbrettern, flachgelegte Segelboote. Weit trockener geht es auf den weltberühmten Draubärmen zu. Eine Bärme ist ein horizontales Stück oder ein Gäser. Danke. Da zeigt die Jugend, was sie kann. Beim Skaten und am BMX. Und allerorts beim Versuchen, nicht ins Wasser zu fallen. Beim Wandern laufen die Kinder voraus, damit sie dann ordentlich müde sind. Die weltbesten Paragleiter sind es in jedem Falle wert, innen beim Abflug Richtung Hauptstadt des Südens zuzusehen. Villach. Einfach super. Die Kinder sind in jedem Falle. Vielen Dank.